Genauso wie man Dateien in Verzeichnisse gruppieren kann, kann man in UML Elemente zu Pakete gruppieren. So wie man Verzeichnisse hierarchisch strukturieren kann, kann man auch Pakete hierarchisch strukturieren. Und wenn man diese Gruppierung veranschaulichen will, nutzt man das Paketdiagramm. Dieses illustrieren wir kurz. Ein reales UML Modell hat natürlich sehr, sehr viele Elemente. Und Sie wollen nicht alle diese Elemente in einen Container werfen. Üblicherweise werden Sie versuchen, Ihre Modelle auch zu strukturieren. Das heißt, eine interne Struktur vorzugeben. Und das kann man mit Hilfe von Paketen und Paketdiagrammen. Wie in der Einleitung erwähnt, bilden die Pakete eine hierarchische Struktur, wie wir sie von den Dateiordnern kennen. Wie Sie die Strukturierung durchführen, da gibt es sehr viele unterschiedliche Kriterien. Sie können versuchen, eine funktionale Kohäsion zu schaffen, eine Implementationskohäsion zu schaffen. Sie können aufgrund der Zugriffskontrolle vorgehen. Sie können eine Verteilungsstruktur schaffen. Das sei Ihnen nicht vorgegeben. Wichtig ist auch, dass die Pakete einen eigenen Namensraum bilden. Namensräume kennen Sie wahrscheinlich aus der Programmierung auch. Jedes Paket hat seinen eigenen Namensraum. Und jedes Element ist genau einem Paket in einer hierarchischen Struktur zugeordnet. Dementsprechend kann ich jedes Element eindeutig identifizieren. Selbst wenn es im Modell zwei Elemente gibt, die wohl unterschieden sind, aber den gleichen Element Namen haben, kann ich sie aufgrund ihrer Zuordnung im Namensraum, da sie in unterschiedlichen Rahmensräumen sich befinden, aufgrund ihres qualifizierten Namens eindeutig identifizieren. Die Sichtbarkeit für die Elemente kann ich natürlich ebenfalls angeben. Da spielt in der weiteren Folge eine Rolle, wie wir sehen werden. Wenn ich mein Modell in mehrere Pakete strukturiert habe, könnte der Fall auftreten, dass ich in einem Package auf Elemente eines anderen Packages zugreifen möchte. Grundsätzlich ist dies möglich, man kann aber nur auf die öffentlich sichtbaren Elemente eines anderen Pakets zugreifen. Das heißt, wenn ich im Package X auf das Package Y zugreifen möchte, kann ich nur auf das öffentlich sichtbare C hier zugreifen, aber nicht auf das private D hier. Der Zugriff erfolgt weiters über einen qualifizierten Namen. Was heißt das? Sehen wir uns das an dem Beispiel an. Öffentlich sichtbar ist C. Das heißt, ich kann dieses C im Package X verwenden, doch das Package X hat selbst eine Klasse C. Diese beiden Klassen hier sind namensgleich, aber trotzdem wohl voneinander unterschieden. Daher muss ich sie auch unterscheiden können und daher erfolgt der Zugriff auf dieses C über einen qualifizierten Namen, der auch den Namespace enthält. Der Namespace ist auch durch das Package gegeben. Daher ist das nicht nur die Klasse C, sondern Package YC. Und damit kann ich es bei Verwendung innerhalb von X von der Klasse C, die direkt in Package X enthalten ist, unterscheiden. Pakete können grundsätzlich geschachtelt werden. Das bedeutet, ein Package kann andere Packages enthalten. Grundsätzlich kennen Sie das ja aus jedem Dateifolder. Ein Dateifolder kann Dateien enthalten oder weitere Dateifolder. Genauso ist es hier in UML. Ein Package kann sowohl weitere Packages als auch UML-Elemente enthalten. Hier haben wir den Fall, dass das Package X die beiden Klassen A und B enthält, aber auch als Subpackage das Package Y. Ich kann diese Darstellung wählen oder die auf der rechten Seite, wo ich die Hierarchie besser sehe, des Baumes. Beide Darstellungsformen sind letztendlich äquivalent. Wenn wir von Paketen und Namensräumen sprechen, so stellt sich natürlich die Frage, wie wir von einem Paket auf ein anderes Paket zugreifen können. Beziehungsweise auch, wie wir Elemente eines Pakets in ein anderes Paket importieren können. Zum Importieren von Elementen eines Pakets müssen diese Elemente öffentlich sichtbar sein, damit ich sie importieren kann. Ich könnte aber auch ein ganzes Paket in ein anderes Paket importieren. Das ist gleichbedeutend zum Import aller öffentlich sichtbaren Elemente dieses importierten Pakets. Beim Import von Elementen eines Pakets kann ich auch die Sichtbarkeit der Elemente redefinieren. Ich kann dann festlegen, ob sie im importierten Falle öffentlich oder private sichtbar sein sollen. In der weiteren Folge wollen wir uns noch die Import- und Access-Beziehungen in Paketdiagrammen genauer ansehen. Es ist grundsätzlich möglich, dass ein Package in ein anderes Package importiert wird. Dabei gilt wieder, dass nur die öffentlich sichtbaren Elemente importiert werden. Sehen wir uns hier den Fall an. Das Package Y wird in Package X importiert. Öffentlich sichtbar ist nur das C und damit wird C in Package X importiert. Wichtig beim Importieren ist, dass alle Elemente, die öffentlich sichtbar sind, in den Namespace dieses Packages übernommen werden. Das bedeutet, dass nun Class C auch Teil des Namespaces von Package X ist. Das heißt, ich benötige keinen qualifizierten Namen mehr. Es ist dann nicht mehr Ys, C, sondern es ist einfach C, auf das ich innerhalb von Package X zugreifen kann. Um das zu machen, muss ich natürlich garantieren, dass ich keine gleichbenannten Klassen im importierten und im importierenden Package habe. Im Falle des Imports wird auch transitiv importiert. Sehen wir uns das am besten an einem Beispiel an. Wir haben hier das Package X, das das Package Y importiert. In Y ist nur öffentlich sichtbar C. Dementsprechend befinden sich jetzt im Namespace von X das direkt enthaltene A, das B und auch das öffentlich sichtbare C. Es wird mit der gleichen Sichtbarkeit importiert. Das heißt, die Klasse C ist innerhalb von Package X ebenfalls öffentlich sichtbar. Wenn nun ZX importiert, so befindet sich in Z direkt darin enthaltene Klasse E, die öffentlich sichtbare Klasse A und die öffentlich sichtbare Klasse C. Das heißt, C wird transitiv über Package X nach Z importiert. Im Gegensatz zu Import ist Access nicht transitiv. Sehen wir uns das wieder am besten am Beispiel an. Package X kann über Access auf Package Y zugreifen und dabei aber nur auf die öffentlich sichtbaren Elemente. In diesem Fall nur auf das öffentlich sichtbare C. Jedoch wird beim Zugriff von X die Sichtbarkeit von C von öffentlich auf privat geändert. Dementsprechend befinden sich im Namensraum von Package X das öffentlich sichtbare A, das private B und das nunmehr auf privat geänderte C. Wenn nun das Package Z über Access auf X zugreift, so greift es nur auf die öffentlich sichtbaren Elemente von X zu und das ist nunmehr nur mehr A. Dementsprechend befinden sich im Namensraum von Z das direkt enthaltene E und das öffentlich sichtbare A. Mit dem Zugriff auf bzw. Import von Objekten aus anderen Paketen haben wir das Klassendiagramm abgeschlossen. Wir sind somit in der Lage, die Struktur eines Systems mit Hilfe eines Klassendiagramms zu modellieren.